Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Heute begrüße ich den Schauspieler, Hörbuchsprecher und Theatermensch Wolfgang Koch bei uns im Bastei-Lübbe-Tonstudio. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ebenfalls. Freut mich sehr, hier zu sein. Man kennt dich nicht nur aus dem Theater oder aus dem Fernsehen, beispielsweise als Frankfurter Tatortkommissar, sondern du sprichst auch Hörbücher von Lars Kepler für uns, hast vor kurzem Nordwasser von Ian McGuire aufgenommen und bist heute hier für die Aufnahmen von Das Versprechen, dich zu finden von Anne Youngson. Weißt du doch überhaupt, was deine allererste Aufnahme oder dein allererstes Engagement war? Engagement im Theater weiß ich. Okay. Mein erstes Engagement im Theater, da war ich elf Jahre alt im Theater der Jugend in Bonn, da habe ich den Sid bei Tom Sawyer gespielt. Oh, schönes Buch. Das weiß ich noch. Sehr schönes Buch und das habe ich gespielt. Da war ich wahnsinnig aufgeregt und da habe ich angefangen zu spielen mit elf. Mein erstes Hörbuch war, glaube ich, ja, das war Jussi Adler Olsen. Ich glaube, den ersten Fall von Jussi Adler Olsen. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Ich meine, das wäre fast das Erste gewesen. Nein, ich habe erst eine Erzählung von ihm gemacht und dann bin ich seitdem der feste Sprecher von diesen Büchern von Jussi. Also liegen dir auch Schweden-Krimis? Nee, also dieser Erste, der war wirklich gruselig. Da geht es um eine Frau, die über zehn Jahre lang oder sechs Jahre lang in einer Druckkammer eingesperrt ist. Oh ja, ich glaube, ich habe den Film tatsächlich gesehen. Genau, der Film ist übrigens nicht schlecht und der Druck wird von diesem bestialischen Mörder immer weiter erhöht. Also spielst du dann auch richtig so mit der Stimme, um auch die Spannung zu packen? Also die Spannung soll man packen, aber ich denke immer, ich halte mich gerne ein bisschen außen vor. Ich will nicht zu viel spielen. Okay. Das, man muss, glaube ich, dem Hörer immer noch genug Möglichkeiten geben, die eigene Fantasie irgendwie an den Start zu bringen. Und wenn ich zu viel vorinterpretiere, ist das manchmal gar nicht so gut. Na klar, muss man eine Spannung haben, man muss gucken, dass die Figur so redet und dass der so redet. Das kann ich ganz nüchtern, aber nicht zu viel spielen. Okay. Ja. Hört sich interessant an. Dann wolltest du denn schon immer Schauspieler werden? War das so dein Traum? Und zwar, wenn du schon mit elf Jahren auf der Bühne standst. Ehrlich gesagt habe ich mir vorgestellt, dass das Spaß macht. Tut es das nicht? Doch, doch. Damals als Kind, meine ich nur. Und dann habe ich eben, war ich zu schüchtern, da vorzusprechen an diesem Theater und meine Schwester hat mich da richtig hingetreten. Ui. Dann haben die mich genommen und dann habe ich irgendwie das seitdem weitergespielt. Und ich habe immer noch nicht den Spaß verloren, ehrlich gesagt. Sehr gut. Ich mache das sehr lange und ich merkte, wenn mir bestimmte Menschen oder Konstellationen den Spaß nehmen, bin ich immer abgehauen. Oder habe mich gestritten. Und so habe ich mir aber von irgendwelchen Blöden gesagt, Idioten, die mir meinen, den Spaß am Theater spielen oder am Drehen zu nehmen, bin ich immer ausgewichen. Und habe gesagt, gut, dann bleibe ich lieber unabhängig und mache mein eigenes Ding. Okay. Und wie kam das, dass deine Schwester dann wirklich gesagt hat, du musst das jetzt machen? Hat die dein Talent quasi entdeckt? Ich glaube, er gesagt, sie hätte das am liebsten selber gewollt. Sie ist aber zehn Jahre älter und meinte, nee, dann soll ich ihm die Chance geben. Das war sehr toll für meine Schwester, ehrlich gesagt. Ja, dann vielen Dank an der Schwester. Vielen Dank, Schwester. Nee, und dann habe ich irgendwie weitergemacht und dann war die Entscheidung, Schauspieler zu werden, also davon zu leben oder das Beruf zu machen, komischerweise nicht so hochtrabend zu sagen, ich werde jetzt Schauspieler. Sondern es war im Grunde fast banal wie einer, der eine Lehre gemacht hat und normalerweise, weil man nichts anderes weiß, habe ich es einfach weitergemacht. Also ganz natürlich für dich? Relativ natürlich, ja. Und dann, ja, dann habe ich eben im Theater, im Film oder auch hier in diesem Hörbuchbereich bestimmte Menschen interessiert, denen ich nachgereist bin oder bestimmte Konstellationen. Und ich bin hier gerne, weil ich die Leute hier auch sehr mag. Das kann man auch mal dazu sagen. Das freut uns natürlich. Kein Geschleime, sonst wäre ich nicht hier. Das freut uns auf alle Fälle sehr zu hören. Du hast gerade eben gesagt, du warst bei deinem ersten Auftritt sehr aufgeregt. Ist das denn heute immer noch der Fall, dass du so ein bisschen Lampenfieber hast? Lampenfieber gehört dazu. Ich glaube, wenn man den Job ohne Lampenfieber macht, egal welchen Job man macht, also sprechen, drehen und so weiter, dann stimmt irgendwas nicht. Also im Theater ist natürlich eine gewisse Art des Rausches. Da sind die Leute, der Saal ist voll und gleich geht der Vorhang auf oder das Licht geht an und da geht man raus und kann nicht sagen, ich komme nochmal, das war nicht so gut, sondern man spielt durch. Und es gibt Autoren, zum Beispiel Lorke hat gesagt, der Schauspieler braucht den Lampenfieber, das Lampenfieber, um sich in einen Rauschzustand, also da kämpfen im Grunde die Dämonen mit einem, sagt er. Also es ist ja auch eine Art von Ritual und ich glaube, jede Form, sich zumindest auf die Suche von Kunst zu begeben, auch im Hörbuchbereich oder beim Drehen, hat was mit einer gewissen anderen Ausschüttung von Stoffen zu tun in einem selber. Adrenalin ist wie zum Beispiel sowas. Okay, also auch beim Hörbuch ist es so, dass wenn du hier in ein Tonstudio reinkommst, dass du im ersten Moment noch so ein bisschen kribbelig quasi bist. Naja, kribbelig, das ist eine Form der Konzentration und jedes Sprecherjob sind immer anders, im Hörspiel spielen sie da richtig die Rollen und so und im Hörbuch fliegt man wie über eine Landschaft. Also man hat meinetwegen 100 Seiten vor sich, 200, 300, 400, 500 und man muss annähernd wissen, wo man anfängt, wo man landet, man spielt die Figuren an, aber nicht zu viel und man fliegt durch so eine Landschaft, die sich mal erhebt, mal runter geht und man muss in diesem Spannungsbogen bleiben. Und klar muss man sich da konzentrieren davor. Es ist nicht so, dass ich so nervös bin, dass ich kein Wort mehr rausbringe. Das wäre schade. Das wäre schade, sowas wäre ein bisschen doof. Aber es hat was, was ich eben erklärt habe. Es hat was mit einer Form von Bereitschaft, von Suche zu tun, von Neugier übrigens auch. Du hast gerade eben auch kurz von Ritualen gesprochen. Gibt es denn irgendwas, was du quasi unbedingt brauchst, wenn du sprichst, wenn du Schauspieler hast? Und irgendwie, keine Ahnung, auf alle Fälle eine Flasche Wasser beispielsweise oder einen Tee, Kaffee irgendwie vorhören? Ich brauche immer eine Entourage von 30 Leuten. Nee, das ist nicht, aber es ist interessant. Jeder Job, den ich mache, hat gewisse Rituale. Okay. Jede Aufführung, und ich spiele zurzeit neun Stücke parallel. Wow. Ja, manchmal sind es mehr. Wie kann ich den Text dann auch einfach gemerkt? Die sind drin, das ist drin. Die Rituale, komischerweise, das ist gespeichert wie eine Diskette. Aber jede Aufführung hat ein anderes Ritual. Okay. Bei der Aufführung begrüße ich erst die Kollegin da und dann macht man den Text durch, dann trinkt man das Getränk oder geht da noch hin. Bei dieser Aufführung gibt es ein Ritual, das man auf der Bühne sich warm macht oder, oder, oder. Immer anders. Wenn ich beim WDR Hörspiele mache, zum Beispiel, jetzt sind wir beim Sprecherbereich, gehe ich vom Bahnhof in den linken Eingang des Kölner Doms, zünde eine Kerze an bei der Madonna, dann gucke ich meinen Blick nach rechts und sehe das Glasgemälde von Gerhard Richter. Und dann gehe ich erhobenen Hauptes aus dem Dom und gehe dann zu Märzenisch und hole mir ein Kaffee und ein Puddingteilchen. Hier komme ich an, gehe in den Keller, setze mich hin und kriege einen leckeren Kaffee und da wird erstmal ein bisschen geredet und gequatscht. Und dann drangalieren dich unsere Düsselerleute. Ja, natürlich, furchtbar. Ich habe hier Elektroschockgeräte hier auf dem Tisch, sobald ich mich verspreche, kriege ich einen Schlag. Das ist ganz schlimm bei Lübbel, ganz schlimm. Also darfst du dich eigentlich auch gar nicht versprechen, darum bist du so schnell dann auch durch. Natürlich, ich darf mir überhaupt nicht versprechen und kriege einen Schlag. Ich bin leider heute etwas erkältet, deswegen, aber es ging irgendwie. Nee, also wie gesagt, jeder Job hat eigene Rituale. Das ist interessant, ja. Absolut, ja. Spannend. Du bekommst ja super viele Texte, nicht nur im Theater, beim Fernsehen, sondern auch bei den Hörbüchern. Liest du denn privat da überhaupt noch? Hast du da Zeit für? Das ist eine sehr gute Frage. Ich lese eigentlich sehr gern und sehr viel. Und momentan lese ich tatsächlich nur Texte für Theater, Film oder eben Hörbuchtexte, sehr viele Hörbuchtexte. Und den Text liest man anders, als wenn man ihn naiv... Also ich versuche ihn naiv zu lesen und kann es aber nicht, weil ich dann immer gleich denke, aha, das ist der Spannungsbogen, da ist ein Absatz, die Figur ist eher so und so weiter. Das heißt, es passiert mir wirklich, dass ich, wenn ich ein Buch privat lesen würde und ich habe eine ganze Latte zu Hause, die ich gern lesen würde, dass ich eine Weile brauche und wieder neu starten muss, um das Buch naiv zu lesen und nicht für mich es einteile, wie würdest du das interpretieren. Das ist leider ein kleiner Mist dabei. Okay, das ist natürlich schade. Also ich lese es beruflich dann und ich schaffe es aber dann irgendwann abzulegen, aber momentan habe ich tatsächlich keine Zeit, irgendwelche anderen Bücher zu lesen. Okay, wie bereitest du dich denn auf jetzt so ein Hörbuch beispielsweise vor? Liest du das einmal quer und dann fängst du es nochmal an zu lesen und malst wild drin rum? Nee, ich lese es einmal durch. Okay, von Anfang bis Ende. Ich lese es durch und dann habe ich ein Gefühl. Das ist ja was Persönliches. Das ist ja eine Auseinandersetzung zwischen Regie und mir. Und dann habe ich einen Eindruck von dem Buch, was ungefähr an Stimmung, an Fröhlichkeit, an Trauer, an Depression oder, 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 oder drin liegt. Und dann lese ich es nochmal durch mit meinem Stiften und male mir die Dialoge an, dass ich ungefähr weiß, welcher, also bei mir ist der Ich-Erzähler meistens blau in den Dialogen, dann weiß ich, dass der Ich-Erzähler. Okay. Dann gibt es manchmal, je unangenehmer die Farben werden, das ist natürlich jetzt auch sehr übel, aber sagen wir mal, Entschuldigung, Rotzgrün oder so richtige Kackfarben, sage ich jetzt mal, sind die unangenehmen Personen. Das sind ja die Bösewichte. Bösewichte sind bei mir manchmal schwarz, aber da muss man aufpassen bei Krimis, die sind manchmal sehr früh schon da und die darf man um keinen Fall verraten. Also wenn man sagt, hallo, guten Tag, ich bin es, dann ist das natürlich ganz doof. Ja, okay, das spricht der Hörer relativ schnell aus. Genau, also deswegen nüchtern bleiben, aber dann weiß ich ungefähr, ah, da kommt der schon an und meistens sehr naiv und sagt, guten Tag, ich habe ihn Kaffee vorbeigebracht und dann kriegt man irgendwie ein paar hundert Seiten später mit, es ist der bestialische Mörder. Okay. So, und dann weiß ich vor der Seite, ah, jetzt kommt der Assistent, der hat die Farbe, die Assistentin die Farbe, die ist ein bisschen zickig oder der Assistent ist zickig und die ist sehr lieb, dann kommt die warmherzige Cheffin, der böse Chef, der Nerd und so weiter. Okay, unterscheidet sich denn die Vorbereitung fürs Sprechen von dem Genre her? Also beispielsweise jetzt, Nordwasser ist ja ein etwas düsteres Buch und das Versprechen dich zu finden, ja, was ganz anderes. Was völlig anderes. Nordwasser ist ein fantastisches Buch gewesen, es ist auch ein Kriminalfall, aber vielmehr ist es eine Beschreibung von Menschen, die sich verlieren in ihrem eigenen Leben. Es ist eine Beschreibung von Dreck, von Geruch, von Gestank und gleichzeitig das Auflösen, in dem Fall im Eis sich auflösen oder in sich selber in seinem Opium waren. Hier geht es in diesen Briefen, was wir gerade aufgenommen haben, geht es um einen sehr entfernten Kontakt zwischen zwei Brieffreunden, zwischen zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Biografien und die sich immer mehr über die Briefe annähern. Die Briefe werden immer intimer, schöner, verletzlicher und Menschen, die eigentlich nicht schaffen, überhaupt von sich was zu erzählen, schaffen es über eine fremde Person, die dann nicht mehr fremd wird über die Briefe. Deswegen ist der Charakter was völlig anderes. Okay, also die Vorbereitung dann auch anders? Nein, die Vorbereitung ist die gleiche. Der Gedankliche muss sich selber fragen, wie direkt, wie intim sind die Briefe. Also ich glaube, die Briefe, es ist eine Briefform, die Form muss bleiben. Ich kann ja nicht sagen, hör mal, pass mal auf, du, was du mir geschrieben hast, ist so. Aber sie müssen, der Versuch ist, sehr direkt zu sein in diesen Briefen, sehr intim, irgendwann. Okay. Wenn du beispielsweise jetzt Nordwasser einem Freund erklären müsstest, vorstellen müsstest, wie würdest du das ganz kurz und knapp machen? Ein Kriminalfall auf einem Walfangschiff, was eh schon die ganze Mission zum Scheitern verurteilt ist, weil das geht gar nicht um den Erfolg des Walfanges, sondern es geht um einen Versicherungsbetrug. Und die Leute wissen es zum Teil nicht. Und gleichzeitig gibt es einen sehr brutalen Kriminalfall auf diesem Schiff. Und der Ich-Erzähler kommt ein Glück noch heile dabei raus. Und das beschrieben in einem gigantischen, in der Fantasie, diesen Geruch, diesen Dreck, diesen Walfang, diese Menschen, diese Brutalität zu beschreiben. Okay. Und als Sprecher würdest du sagen, dir macht es mehr Spaß oder ist es für dich eine größere Herausforderung, einen solchen Titel zu sprechen? Oder ist das gleich quasi zu dem Titel, den du heute aufgenommen hast? Ich mache da keine Unterschiede. Es gibt gute Texte und schlechte Texte, ganz einfach. Okay. Dann sind beide Texte natürlich heute toll. Ja, beide sind gut. Sehr schön. Unsere Hörer möchten natürlich nicht nur was über deine Arbeit erfahren, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, sondern auch dich ein bisschen näher kennenlernen. Wie ist das denn beispielsweise, du bist ja jetzt im Moment hier, abends, wenn du nach Hause kommst, den ganzen Tag im Tonstudio verbracht hast, ist das so noch, gehst du quasi noch eine Runde laufen, um den Kopf freizukriegen? Oder legst du dich am liebsten zu Hause auf die Couch mit einem Glas Bier oder Wein und entspannst dabei? Ich mache mir eine Flasche Bier auf. Das kann ich gar nicht sagen. Also wenn ich sehr lange spreche, manchmal bis zu acht Stunden, geht man etwas benommen aus dem Studio. Okay, verständlich. Man kann nicht mehr so richtig reden. Wir nennen das Mauldiarrhoe unter uns Sprechern. Und das ist ein schönes Wort. Munddurchfall quasi. Und manchmal habe ich dann noch abends Theatervorstellungen und das ist dann heikel. Also man versucht dann so die Worte hinzukriegen, das gelingt mir nicht. Aber sonst, also jetzt fahre ich nach Hause, meine Tochter ist zu Hause und vielleicht spielen wir irgendwas oder machen was Schönes zu essen oder gammeln irgendwie rum. Also ich habe da keinen großen Plan. Also ich habe über Jahre immer meinen Beruf gemacht und wenn ich nach Hause kam, gab es was anderes. Also es gab auch nicht, ich habe vier Kinder, es gab nie den Punkt zu sagen, ich brauche jetzt Ruhe und ich muss mich sammeln. Das war keine Chance und keine Zeit. Das ist auch gut so. Also das ist eine andere Welt und die hat in dem Augenblick Vorrang. Und da gibt es keine irgendwie zu sagen, so jetzt muss ich aber mich ein bisschen ausruhen und nachdenken und so weiter. Und dann habe ich meistens meine Texte nachts vorbereitet, wenn Ruhe war. Wow, also ein sehr, sehr langer Arbeitstag eigentlich. Manchmal sind es lange Arbeitstage, ja. Und wie machst du das dann quasi, du bist tagsüber, sagen wir mal im Tonstudio oder bei der Fernsehaufnahme, hast dann abends noch einen Theaterauftritt. Ja, passiert manchmal. Dann siehst du deine Familie tatsächlich ja relativ selten. Ist das auch immer ortsgebunden quasi, dass du sagst, okay, ich spiele am liebsten beispielsweise nur in Berlin? Nee, in Berlin habe ich gespielt, um mit bestimmten Leuten zu arbeiten, die mich interessiert haben im Theater. Ich bin teilweise viel weg von zu Hause, teilweise bin ich dann doch viel da, weil der Tatort Frankfurt wird da gedreht und bin ich zu Hause. Und, ach ja, was weiß ich, ich meine, man kann ja froh, dass man Arbeit hat. Also das ist der Punkt. Und ich kann noch relativ schnell mich entspannen. Also wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, würde ich mich da hinten auf eine Matratze legen oder aufs Sofa und würde sofort einschlafen. Okay, also fürs nächste Mal legen wir dir hier eine Matratze hin. Ich kann auch im Sitzen schlafen, so ist es nicht. Ich schlafe prima im Zug. Neulich bin ich wieder bis Mannheim gefahren, obwohl ich bis Frankfurt fahren wollte. Ups. Und habe vergessen, mein Telefon zu stellen, meinen Wecker. Also das ist, ich hole tatsächlich manchmal so Powernap, so zehn Minuten Schlaf und dann geht es mir wieder prima. Sehr gut. Wenn du jetzt beispielsweise in Urlaub fährst, fährst du dann lieber an den Strand oder in die Berge? Beides. Beides. Aber es ist ein Kombinieren. Ich mag die Berge unheimlich gerne im Winter, aber ich fahre sehr viel ans Meer. Ja, das stimmt. Okay. Und was war so der beste Tag in deinem Leben? Oh, die beste Tag in meinem Leben war, als meine vier Kinder geboren wurden. Das sind vier Tage. Okay. Das lasse ich auch, gell? Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ohne welchen Gegenstand verlässt du nicht das Haus? Also jetzt mal Schlüssel davon abgesehen. Welchen Gegenstand? Oh, gute Frage. Na ja, das ist dann wahrscheinlich meine Bahncard 100, die ich immer mithabe. Weil da fahre ich halt durchs Land und ich fahre sehr viel hin und her. Und das ist sehr praktisch und sehr, sehr angenehm. Man steigt in jeden Zug und hält nur so eine kleine schwarze Plastikkarte hin. Und dann sagen sie danke. Und ich kann in jeder Stadt in Deutschland umsonst Zug, Busse und U-Bahn und S-Bahn fahren mit der Karte. Praktisch. Also das habe ich immer mit. Okay. Auf was bist du denn besonders stolz? Oh, keine Ahnung. Oh Gott. Stolz. Meine Kinder sind gute Menschen geworden. Sehr schön. Und jetzt die letzte Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Oh Gott. Neugierig, ungeduldig, Spaß am Leben. Das hört sich doch gut an. Das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich möchte mich auf alle Fälle vielmals bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Natürlich. Und noch ganz viel Erfolg mit der Produktion für Das Versprechen, dich zu finden. Richtig. Morgen geht es weiter. Morgen finde ich. Morgen findest du es sehr gut. Morgen finde ich es garantiert. Ja dann, liebe Podcast-Hörer, dürft ihr euch auf das Hörbuch von Das Versprechen, dich zu finden, von Anne Youngsten freuen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Danke. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast. Audio Podcast. Audio Podcast. Audio Podcast.